3D Showcases als unverzichtbare Hilfe bei Verkauf oder Vermietung von Immobilien aller Art In diesem Film möchten wir Ihnen an einem konkreten Beispiel aus dem Mai 2019 zeigen, wie unser 3D Showcase unserem Kunden die Vermietung dieser Wohnung signifikant erleichtert und Kosten erspart hat. Darüber hinaus werden wir Ihnen erklären, wie unser 3D Showcase auch nach der Vermietung der Wohnung nützlich ist. Die Wohnung sollte über Immobilienscout24.de online angeboten werden. Es existierten keine Fotos und auch kein Grundrissplan. Aufgrund der hohen Bildqualität unserer 3D Showcases war der Export hoch aufgelöster Fotos im JPEG Format einfach. Während der 360 Grad Aufnahmen mit unserer Spezialkamera werden nicht nur Bilddaten erfasst. Die Räume werden auch gleichzeitig gescannt. Dadurch sind unsere 3D Showcases maßstäblich, was die Erstellung eines Grundrissplans sehr einfach möglich macht. Dann haben wir noch über diese Markierungen zusätzliche Informationen zur Wohnung in das 3D Showcase eingefügt. 3D Showcase, Fotos, Grundrissplan und Markierungen ergaben eine vollständige Präsentation der Wohnung. Es war nun also alles vorbereitet, um es in die Online-Anzeige bei Immobilienscout24.de einzubinden. Gewerbliche Anbieter können das 3D Showcase direkt in die Anzeige einbinden. Private Anbieter verschicken den Link zum 3D Showcase an die Mietinteressenten per E-Mail. Nach der Veröffentlichung des Mietangebots gab es in kürzester Zeit 30 Anfragen potenzieller Mieter, die alle eine Wohnungsbesichtigung verabreden wollten. Alle Mietinteressenten erhielten einen Zugang zum 3D Showcase der Wohnung und konnten so ungestört und in aller Ruhe einen virtuellen Rundgang durch die Wohnung machen. Das ersparte dem Vermieter so viel Zeit und Kosten, dass unser 3D Showcase allein durch diese Aktion mehr als bezahlt war. Danach wurde die Zahl der Mietinteressenten von 30 auf 3 reduziert und mit diesen ein Termin zum gegenseitigen Kennenlernen in der Wohnung verabredet. Zeitaufwand hierfür 2 Stunden Unser 3D Showcase wurde als zusätzlicher Nutzen in das Übergabeprotokoll der Wohnung eingebunden. Danach könnten wir das 3D Showcase vom Öffentlichen in den Privaten Modus umschalten. Damit wäre es für den Vermieter noch einsehbar, für Dritte aber aus dem Internet verschwunden. In diesem Fall hat uns der Vermieter gestattet, das 3D Showcase in unsere Arbeitsproben zu übernehmen. Diese finden Sie unter 3dshowcase.de Wenn Sie jetzt wissen möchten, was ein 3D Showcase Ihrer Immobilie kostet, schicken Sie uns einfach per E-Mail eine Anfrage. Benennen Sie uns darin die Lage des Objekts und die zu erfassende Gesamtfläche und wir machen Ihnen kurzfristig ein Angebot. Vielen Dank!